so da bin ich wieder wieder ab auch abgestürzt also naja also irgendwie so richtig gut laufen tut es nicht so pass auf der eine kommt wieder zurück ja den machen wir auch weg der geht wieder zu dem haus da rein den machen wir auch gleich weg ja aber nicht auf der straße wir machen die tonne hier die grüne tonne vorsicht mit der grünen tonne wollen wir ins haus hier reingehen warten sie mal bitte der typ ist doch da hinten am laufen ja aber doch nicht hier sind sie nicht immer so ängstlich weil sie kacken sich immer in der in allen möglichen kacken sie sich soll denn das der typ ist am arsch der welt verstehen sie wo sind sie denn ich bin im haus sie sind unten im haus ich bin oben im haus und da rennt und einer lang aber wir wollen ja die infos noch haben ja besser werden aber da sind noch mehr wie sie sehen können was ja mit dem tue oder kommt einer zu mir ach wo denn der kommt jetzt zu mir bleiben sie da wo sie sind und bleiben sie in deckung ich bin hinter ihnen okay der kommt der kommt nicht doch jetzt hat er uns machen weg ja nicht anders also nicht immer so ne dahin ist auch alarmiert glaube ich wer ist alarm hieß nix alarmiert dahinten der ist am blinken wo blinkt der geht weiter ok nur da war wahrscheinlich nur sichtbar ich würde sagen wir holen uns die von rechts nach links also wir gehen jetzt hier rechts rüber nehmen sie einfach ich folge ihnen einfach aber wenn was schief geht kann ich sie zusammenscheißen was soll denn da schief gehen ja komm bleib ruhig aber das sind garantiert noch mehr weil da ist noch so die beiden uns jetzt zuerst richtig rechts weil hier war einmal durch das haus und dann holen wir uns die gehen darum ich gehe hier unten rum und da ist da ganz sie und sind auch und da ist das glaube ich nicht ja passende moped für sie holen sie mal gut aus ne ja 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 alte züchter steht da hinten steht da hinten am auto der vogel passen sie auf dass er nicht weg fährt dass der so der ist aber ganz schön mutig so ganz alleine ne mhm der rechnet gar nicht mit uns glaube ich hätte er aber machen sollen hätte er machen sollen ja so gehen wir mal hier durch oh der ist mit dem rücken zu mir mhm auch ich wollte den gerade kilikalli der sitzt doch noch dem geht es doch gut dem jungen da sind noch aufklärungsdaten wo denn also nachschubskudens ich mag hier das noch wir lassen die rebellen wissen wo man den nachschub findet sie können uns später dann waren sie mal ich würde mal gerne an die gar nicht und jetzt holen wir uns die anderen jawohl dann mal los ich laufe ihnen hinterher sie wissen das sieht total gescheuert aus wie ist ihr plan reden sie gute frage wir haben auch hier noch den mörser angriff vor dem wollen sie erst später machen na ja den machen wir jetzt nicht ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig wir tun hier nichts billy ja habe ich gehört ich bleibe hier unten drunter trotzdem möchte ich jetzt wissen was haben sie vor ich gucke mir das nochmal auf der karte an aber die sehen wir ja nicht auf der karte oh hier ist ja gerade unidad vorbeigefahren ich hoffe die kommen jetzt nee die fahren weiter ich gucke mir das mit einer drohne an ja wir gehen von rechts nach links wir nehmen den ganz rechts zuerst und dann gehen wir links rüber das ist mein plan kommen sie mit ja hier lief ich da oben lang nur geh doch er kommt soll uns vielleicht mal hinlegen geh doch hinlegen sie hätten sie auch nicht mehr hinlegen brauchen ja ja ist ja gut ne 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 ist ja gut kommen sie mal her ich bin schon hier sie sind doch so ein toller scharfschützer haben sie das erzählen sie mir doch immer ne ja ja dann kommen sie doch mal her wo sind sie denn hier da ja dann können sie den doch da wir haben nämlich einen nicht markiert wir haben einen nicht markiert du hast einen nicht markiert okay oh der steckt der war hier irgendwo da ist er da der war nämlich nicht ja da ist noch einer nicht markiert da sind so einige nicht markiert da muss noch irgendwo einer sein das ist gut und ich mag keine überraschung nein die mögen wir beide nicht ich würde trotzdem lieber von rechts nach links gehen kommen sie mit können hier noch was auf dem markt kaufen ich weiß noch nicht mal wo sie die ist schon wieder ganz woanders kommen sie hier rüber mal ganz woanders das ist immer sehr sehr empfindlich der junge mann hier oh hier teddybär kaufe ich ihnen haben sie jetzt auf den teddy geschossen natürlich oder war es das schweinchen aber sie denken ja auch immer nur an essen blenden sie mal hier achso ich weiß irgendwie nicht die planlinie sie da vorhaben ich will darüber und von rechts nach links alles aufräumen aber von ganz rechts da wäre das mal ganz interessant gewesen zu wissen weil sie ja nicht alle markiert haben ach ja da sind wir doch gar nicht ich fange doch ganz rechts an und die sind markiert ach so naja ich laufe ihn einfach mal das ist nett von ihnen wir werden einfach gleich wieder gleich rumgeballert bis zum geht nicht mehr das stimmt überhaupt nicht na da könnte ich für das ganz gezieltes schießen wird das kontrolliertes schießen meinen sie ja auf jeden fall hier ist doch schön alles sauber und da ist der lkw und am lkw holen wir uns die ersten weg müssen wir gleich gucken da sehen wir warten sie mal ich kann hier ein schönes bild machen bleiben sie mal am wasser ach Gott ja ich möchte ein schönes bild machen jetzt macht der hier Fotomodus Leute mitten im Einsatz und er ach wir können ja jetzt ein schönes Foto machen nein da kann ich doch ein schönes Foto machen hallo warte ist es nicht wahr warte warten sie mal da war ich doch ein wunderschönes Foto wo sind wir denn jetzt überhaupt äh ach da sind die beiden bescheuert Moment 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 es wäre schon schön wenn wir langsam mal loslegen könnten halten sie im Mund weil die bewegen sich ja auch alle ah Moment äh bei mir bewegt sich gerade nix ich habe wieder das Foto geschossen ja und der ist kurz im Moment eingefroren da müssen wir eben kurz warten bis der sich wieder bis der sich wieder so einigermaßen gekriegt hat mhm ja das stimmt sieh mal mit ihrem Fotomodus ne also ehrlich was hat wieder sollen ne ah ja ok ok dann können wir ja jetzt hier weiter laufen ok gehen sie mal also wir fangen bei dem rechts da an da ne ja da ist aber noch was gelb äh orange ja das müssen wir gleich nochmal erkunden ja das wäre ganz toll das mach ich auch mal eben drohne fliegt mhm weil so weit geht meine Drohne nämlich nicht kann man das ja nochmal versuchen ne warum kann ich die nicht ach so der muss ja hier hinten am Wasser irgendwo sein ah da ist er bei dem fangen wir an dann gehen wir hoch und dann räumen wir die System jawohl aber hier sind noch mehr ja die sind aber woanders ne die sind nicht woanders die will ich alle haben Wasser ist nur der eine das wird nämlich schon wieder dunkel ich verstehe nicht warum ich die nicht sehe hast du dich versteckt oder was da braucht man Kraftstoff LKWen weiter ferne kann er ja aber ich nehme die Pistole naja komm ist egal so ich folge ihn mal 50 Meter ne den kann ich auch mit der Scharfschützenwaffe nehmen oh jetzt geht er raus ah ey ne der geht nicht raus der geht auf die andere Seite sehr schön der ist down im Haus der ist down aber da ist noch einer na der ist ja nicht weit weg das ist leider wahr ich laufe da gerade drauf zu ja ich auch der müsste ist der außerhalb oder innerhalb das ist außerhalb ja eigentlich auch innerhalb eigentlich ist der außerhalb ja gut dann gehen wir da rein aber hier ist der Zaun kaputt da können wir durch der ist hier der muss hier irgendwo stehen ja ich sehe das ist der nicht oder ach doch hier hinter ja hier laufen einige rum der ist im Haus hier drin der Teil ist wenn wir uns da reinschleichen in das Haus können wir den eventuell lautlos du müsstest noch einmal warte der sitzt hier der sitzt hier mit er guckt in unsere Richtung ein Schuss und dann ist er weg kann ich ihn weg machen ja super der schläft auch weiter der bleibt doch schön hinten an der Straße geht gerade einer vorbei Vorsicht das wird glaube ich der nächste den wir uns holen ja ich sehe den ich sehe den der muss weg der muss schnell weg wie rein in das Haus Junge geht da natürlich nicht ja abschlussbestimmt aufgeschaltet ja ok da hinten sind Infos du machst das Ausrufezeichen wenn wir uns den schnappen jetzt dann ist gut warte ich mach mal eine Drohne da muss ja noch mehr sein bei den Infos ne das ist der Typ der muss ja auch irgendwo im Haus sein hier ne ja warte ich versuche mal was die Drohne ist genau da drüber eigentlich irgendwo muss der sein das ist der Typ mit den Infos hier der musst du dir schnappen dann komm her dann machen wir das jetzt warte mal ne warte mal das ist hier die Drohne die Infos sind hier warte in der Polizeistation ja ja der war ja da in der Polizeistation ok dann komm dann lass uns die alle alle nacheinander holen komm ich rücke auf die hier links links rum die lassen wir erstmal in Ruhe ja wir schnappen uns jetzt erstmal die die für uns am am wichtigsten sind mit der Information das ist aber der Typ da hinten in der Polizeistation warte den da hinten den ganz hinten siehst du den? ja soll man den erstmal in Ruhe lassen? weil du musst noch einmal eine Drohne weil es wieder so ein orangenes Feld dahinten kann den Typ da hinten erledigen ich weiß nicht ob das so eine gute Idee ist ach Miri das ist down ich hab gesagt der andere blinkt jetzt zwar aber ja der bewegt sich auch der hat mich gekriegt scheiße er sieht sie mich sieht hier keiner er kommt ausgeschaltet dann holen sie sich die Information ganz ruhig wo ist der denn? der ist direkt vor uns in der Polizeistation lass die sich erstmal beruhigen man die laufen sowieso gleich alle volle Knarre da kommt einer zu uns zwei kommen zu uns ja ja die müssen wir weg machen sobald die kommen ja die kommen von der anderen Seite ja ich seh ja lass sie kommen scheiß drauf warte ich bin die gehen jetzt gleich sowieso hier rum einer down ey wer hat mich denn da getroffen? ich liege kommen sie eben zu mir ich bin hier um die Ecke ach da hinten ist einer ah ja den hab ich nicht gesehen der war hinterm Busch da hinten hinterm rechts vom Haus da hinten schießt er da rechts vom Haus jawohl haben Sinn den hab ich nicht gesehen der war da hinter der Mauer irgendwie danke ja der war ja auch nicht markiert ja der war nicht markiert genau gehen sie wieder rein dass wir die Infos uns holen können ja ok die haben sich wieder beruhigt ja holen wir uns die Infos in der Polizeistation ja los nicht lange rumfackeln wo waren die hier da ist aber noch jemand du musst noch mit Drohle kommen sie erst mal zurück wir holen uns erst mal die Infos mach doch nicht wieder so umweg die Infos sind doch hier direkt ja aber du kommst ja da nicht rein von da an Seite wäre ich reingekommen klar kommen wir hier rein schnappen sich den Typen der ist hier rechts im Raum wo gehen sie hin das ist rechts hier im Raum unten hier ist keiner im Raum hä shit wo ist denn der hin ok hier ist keiner hier liegt nur was ach so der ist hier im Raum ok ja weil ich hatte vorhin was mit der ich untersuche jetzt geht nur noch Rebellenoperation kann ich nur machen entschuldigt Leute setzen wir ihm zu damit der angst verbreitet m auf info da guckt euch dann an da ist der story einsatz aber wir haben noch einige sachen zu lösen hier da ist noch einiges so ich meine bis jetzt haben wir das ja wir müssen nur aufpassen dass wir demnächst nicht mehr die grenzen überfliegen weil sonst machen wir was offen was wir nicht wollen genau hoja cola möchtest du uns eine Cola eine Cola was möchte ich die denken auch nur ins Saufen ne so wie wollen sie jetzt vorgehen wir machen jetzt die da ist noch ein orangener Bereich den möchte ich wegmachen ähm werde ich erstmal mit der Drohne damit wir hier Ruhe haben identifizieren na wir gehen aber näher ran müssen sie nicht so von hier können sie ein Dröhnchen starten ich bin genau drüber da ist er ich hab ihn ok ist nur ein an dann kommt dann holen uns hin jetzt den einen holen wir uns noch ihr bleibt noch dabei Leute den schnappen wir uns noch und dann haben wir es alle weggemacht wir können an den Häusern mal vorbeigehen ob irgendwo noch Nachschub für die Rebellen ist na das würde ich mit der Mörser müssen wir auch in der nächsten Folge dann machen leiser und down bekämpft ok äh schlafen gegangen ja gehen wir aber oben aufs was ist denn mit dem Auto hier da wird noch ein Auto orange angezeigt echt dann sind ja doch da hinten sind da welche drinnen na das sind keine drinnen also ich hab kein Auto in Orange der ist sicher hier vorne der Wagen hier der wird mir in Orange angezeigt bei mir nicht ist aber ein schöner Wagen weil der ist der ist Alarm gesichert so hier ist das Auto ne sieht aus wie der von dem Polito oder wie ist der ich glaub der ist Alarm gesichert weil sie ist ja an den komischen Blitzen so wir gehen mal eben kurz in die Ecke sie sind erinnert an den Blitzen weil sie diese Fähigkeit schon ausgerüstet haben komm wir gehen ins Haus genau wir gehen da wir gehen jetzt ins Haus gehen sie ins Haus jo so wir sind hier wir schauen jetzt mal auf die Karte Leute was steht als nächstes an ich wäre für den Mörser ne genau der auch wieder ein Sender wo wir wieder alle okay das wäre dann eventuell das nächste was wir machen genau den Mörser und mehr ist ja nicht schon gut ausgeräumt ach gehört dazu oder was starten sie den Sender ach das ist wieder mit dem Sender wo wir hinterher fliegen müssen aber wir haben ja hier ein Heli das sollte ja eigentlich funktionieren gut so dann würde ich mal sagen Leute wir sehen uns beim nächsten Mal macht's gut tschüss tschüss